Herzlich willkommen bei einem neuen Video-Tutorial von Fotostudio Lichtwerk und Ringfotogramm in Trier. Wir werden euch heute den Polaroid-Look ein wenig näher bringen, gerade in Zeiten von Instagram und Facebook, wo doch jedes Bild ein bisschen bearbeitet wird und die Filter Instagram vorgibt. Das ist natürlich ein Nachteil, wenn man die nicht selber manipulieren kann. Zeigen wir euch jetzt, also die Wiki am Computer, die arbeitet hier bei uns und ich am Mikrofon, der Matthias Schmidt, zeigen wir euch diese Bearbeitung in diesem Polaroid-Stil, wie man sie manuell und selbstständig machen kann. Dazu sind wir hier in Photoshop CC und da haben wir uns ein Bild runtergeladen. Jetzt sieht man hier in alten Western Saloon natürlich auch ein bisschen passend dazu und das wollen wir noch so ein bisschen mehr im Farbton angleichen an diese typisch schlechten Polaroid-Aufnahmen von damals. Dazu gehen wir einfach unten bei den Ebenen in den Bereich neue Farbfläche anlegen. Diese Farbfläche wählen wir bewusst dunkel, weil wir die nachher brauchen. Wir brauchen eine dunkle Farbe. In dem Fall wählen wir hier ein sehr dunkles Blau, was fast schon in den lila Bereich reingeht. Bestätigen das und gehen dann in die Fülloptionen und schließen diese Farbe aus, also über Ausschluss. Das hat folgenden Hintergrund. Also alles, was wir in diesen dunkelblauen Tönen drin hatten, wird ausgeschlossen aus dem Foto. Dadurch kriegen wir natürlich nicht so viel Farbdynamik rein und genau das ist das, was diese alten Bilder ausgemacht hat. Diesen Filter können wir jederzeit ein bisschen mit der Deckkraft noch so ein bisschen anpassen an das darunter liegende Bild. Das müssen Sie dann selber so ein bisschen entscheiden, wie Sie das gerne hätten. Um das Ganze noch ein wenig realistischer zu machen, werden wir noch einen sogenannten Verlauf darauf legen. Wir benutzen hier eine Vignette. Dadurch werden wir den Verlaufsfüllungsfilter auf Radial legen und dann auf Umkehren, weil wir wollen ja den inneren Bereich nicht beeinflussen, sondern eher nach außen hin eine Beeinflussung bewirken. Deswegen Radial. Was wir jetzt noch machen müssen, ist die Farbe dieses Filters ein wenig ändern. Wir nehmen dafür wieder einen dunkleren Ton, in dem Fall ein dunkles Rot. Ihr könnt da ein bisschen rum experimentieren. Ja, und dann sieht man auch schon, wie der Radialfilter sich darauf anwendet und wir skalieren den jetzt mal auf 150 Prozent. Das ist so das, was wir jetzt gerne hätten. Ja, und dann kann man mit einem Mausklick in die Vignette reingehen und diese auch von rechts nach links verschieben, so wie man es halt gerne hätte. In dem Fall ist unser Bild halt sehr mittig aufgenommen. Also bleiben wir auch mittig mit der Vignette. Aber wenn euer Fokus halt ein bisschen am Rand ist, könnt ihr das dementsprechend anpassen. Mit OK bestätigen wir das und werden es dann wieder über die Fulloptionen im Negativ-Multiplizieren-Filter anwenden. Man sieht jetzt hier eine leichte Veränderung, vor allem im Außenbereich sieht man die Veränderung, weil ja dieser Rotton, diesen Rotfilter nach außen hin stärker wirkt. Und hier haben wir einen ganz klaren Vignettenabfall. Das war damals bei schlechten Objektiven wirklich der Fall, dass nach außen hin der Dynamikbereich einfach noch extremer abgenommen hat. Und daher kommt halt dieser Rotstich drin. Um das Ganze, also natürlich haben wir noch die Deckkraft natürlich auch wieder hier wieder anwenden. Dementsprechend wenn es euch ein bisschen too much ist, dann geht ihr einfach ein bisschen runter mit der Deckkraft. Um das Ganze jetzt noch realistischer zu gestalten, könnte man auch Lichtreflexe einsetzen. Indem man einfach hier unten wieder ein neues Farb, also ein neues Farbfeld, Fläche dazu hinfügt. Das ist in dem Fall ein schwarzes. Eine neue Ebene darüber hin öffnet und dann mit einem sehr weichen, weißen Pinsel mit einer Deckkraft von 27 Prozent, das kann ein bisschen abweichen, malt man sich dementsprechend Lichtreflexe rein. Man kann diesen Pinsel auch übermalen, an der Stelle wird es dann auch ein bisschen mehr. Man kann auch hingehen und die Lichtreflexe mittig bildsetzen. Also so wie man gerne hätte, setzt man sich Lichtreflexe. Keine Angst, da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Wenn es daneben ging, könnt ihr das einfach wieder ein bisschen rausradieren oder andersrum eine neue Ebene erstellen. Hier dann noch vielleicht einen leichten Bewegungsunschärfefilter darauf anwenden, weil diese Reflexe waren meistens in einer Bewegung. Die Aufnahmen damals waren eine sehr lange Zeit. Also man hat nicht wie heute eine zweitausendstel Sekunde gemacht bei gutem Wetter, sondern man musste wirklich noch stillhalten. Und da kamen halt die Lichtreflexe rein. Und wenn die reinkamen, hatten die meistens eine leichte Bewegungsunschärfe. Das simulieren wir hier mit dem Bewegungsunschärfen-Maskenfilter. Wenn wir den jetzt darauf anwenden, sehen wir, wir haben hier eine deutliche Bewegungsunschärfe. Man kann natürlich auch den gauischen Weichzeichner darauf anwenden. Das ist aber jetzt wieder Geschmackssache. Da müssen Sie gucken, wie weich Sie gerne Ihre Lichtreflexionen hätten. Wichtig ist jetzt, wir werden diese Ebene, auf der wir gemalt haben, und die darunterliegende Ebene auf eine Ebene reduzieren. Das hat den Hintergrund, wir wollen ja mit dieser zusammenarbeiten. Und dann wieder über die Fülloptionen und negativ multiplizieren. Wenn wir das gemacht haben, sehen wir schon so leicht diesen Schatten drauf, also diese neuen Lichtreflexe, die da reinkommen. Jetzt sind die Lichtreflexe weiß, weil wir haben gedacht, wir machen jetzt mal hier einen sehr starken Kontrast. Und diese können wir umfärben. Und zwar, das machen wir über Farbton und Sättigung. Und dann ganz, ganz wichtig, der nächste Knopf muss der sein, der das nur auf die darunterliegende Ebene anwendet. Das ist wichtig, weil sonst alle Ebenen im Farbton geändert werden. Und hier können wir über den Farbton, also über Einfärben, können wir dementsprechend die Farbe wählen, der Lichtreflexe, wie wir wollen. Wir machen hier jetzt einfach mal ein bisschen krasser, damit Sie den Unterschied auch sehen. Und anhand dieser Lichtreflexe wird das Bild noch realistischer, weil damals die Vergütung dieser Objektive wirklich sehr schlecht war und die Lichtreflexe kamen rein. Die Bewegungsunschärfe wird jetzt hier nicht mehr so ganz deutlich, was aber auch nicht schlimm ist. Wichtig ist, dass es unscharf ist, dass es keine harten Kanten hat, weil ansonsten sieht es wirklich sehr gemalt aus. Da können wir natürlich jetzt wieder über die Deckkraft reduzieren oder manipulieren allgemein. Das war's dann auch schon. Wir haben jetzt hier aus diesem Bild einen sogenannten Vintage-Look gemacht. Ihr könnt selber da in den einzelnen Ebenen nochmal ein bisschen experimentieren. Es macht sehr, sehr viel Spaß damit, Farben zu arbeiten. Und vielleicht entwickelt ihr so mit euren eigenen Farbstil, wo ihr auch euren eigenen Wiedererkennungswert auf Instagram, Facebook etc. habt. Ja, es hat uns Spaß gemacht, euch dieses Video zu zeigen. Freut euch schon mal auf die nächste...